Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Wer testen möchte, ob er einen wahrhaftigen Glauben hat, ob er einen wahrhaftigen Iman hat, so soll er über folgende Verse nachdenken, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, wegen einer Person. Und sein Name ist Walid ibn Utbar. Vielen Leuten wird dieser Name nichts sagen, aber er war der Vater von Khalid ibn al-Walid. Und Khalid ibn al-Walid ist bekannt in der islamischen Geschichte. Er ist später zum Islam konvertiert und hat eine großartige Stellung im Islam erreicht. Sein Vater, Walid ibn Utbar, war einer der angesehensten in Mekka, einer der reichsten in Mekka und einer, der sehr versiert war in der arabischen Dichtkunst. So wollte er eines Tages die Wörter von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hören, um zu beurteilen, ob das Wörter sind, die von Menschen stammen oder nicht. Und als er hereingehört hat, sind diese Wörter direkt in sein Herz hereingeschossen. Als die Mekkaner gesehen haben, die Götzendiener, dass irgendetwas nicht stimmt, so haben sie ihm gesagt, schau mal, du kannst nur Schlechtes über diese Wörter sagen. Das heißt, sie wollten, dass er die Wörter der Offenbarung schmäht, dass er nichts Gutes über die Wörter der Offenbarung sagt. Und so hat er es getan, nachdem er die Wahrheit in seinem Herzen hereinbekommen hat. Und so hat Allah azzawajal die Verse herabgesandt, Und zwar sagt Allah azzawajal, er hat nachgedacht und dann abgewogen und dann entschieden. Und dann hat er wieder nachgedacht und abgewogen und Allah azzawajal sagt, verflucht sei er für das, was er entschieden hat. Das heißt, er hat erkannt, das ist die Wahrheit, aber er hat überlegt, er hat abgewogen, zum einen die Wahrheit anzunehmen und damit den Islam anzunehmen. Die andere, seine Stellung unter den Götzendiener zu verlieren. Und subhanallah, er hat sich entschieden für seine Stellung und so hat er gesagt, das sind Wörter der Zauberei. Und so hat Allah azzawajal ihn als nichts anderes außer als ein Kafir, als einen Ungläubigen sterben lassen. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, Walid ibn Utbah ist in jedem von uns. Der eine, er wiegt nicht vielleicht die Offenbarung ab mit etwas anderem, aber seine Freundin oder der Religion zu folgen. Und er entscheidet sich für seine Freundin. Seine üble Freunde mit ihnen abzuhängen, mit ihnen alles Üble zu machen, keine Grenzen in den Sünden zu kennen oder der Offenbarung zu folgen. Manche eine Stellung, eine Arbeit zu verlieren, die ihn in der Religion einschränkt. Ja, vielleicht darf er sogar nicht dort arbeiten, darf er dort nicht seine Religion praktizieren. Und auf der anderen Seite wiegt er ab und er sagt, warum soll ich den Worten Allahs folgen? Ich folge lieber meinem Gelüst und das ist nichts anderes als Hochmut. Möge Allah azzawajal uns bewahren und möge Allah azzawajal uns auf einem geraden Weg befestigen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.